Der amerikanische Rapper und Reality-TV-Star Benzino wurde niedergeschossen. Auf dem Weg zur Beerdigung seiner Mutter wurde der Musiker von seinem eigenen Neffen Gay Scott angeschossen. Scott war direkt neben Benzino hergefahren und habe mehrere Schüsse auf dessen Auto abgegeben. Der 48-jährige Benzino wurde mit Schusswunden in Arm und Rücken in ein Krankenhaus gebracht, sein Zustand ist jedoch stabil. Familienmitgliedern zufolge habe es schon länger Streit zwischen dem Rapper und seinem Neffen gegeben. Der Täter wurde festgenommen, ihm droht nun eine Anklage wegen versuchten Mordes.